Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Angular Tutorial hier. Heute geht es darum, wie ihr NG Models kombinieren könnt, sozusagen in einer Gruppe aus Models im Endeffekt. Ja, und heute mal wieder zur Abwechslung ein sehr kurzes Video. Die letzten waren relativ lang, deswegen erlaube ich mir jetzt hier mal wirklich ein einfaches Video euch zu zeigen. Aber es ist trotzdem sehr nützlich und ich möchte euch einfach kurz zeigen, wie das Ganze zum Beispiel aussehen kann. So, der Name besteht zum Beispiel meistens aus Vorname und Nachname. Ja, und was man stattdessen einfach machen kann, ist, hey, ich mache einfach Vorname und Nachname jeweils als NG Model. Klar, aber das Problem ist natürlich, dann habe ich auch zwei Variablen, die ich irgendwie verarbeiten muss. Und deswegen hat man sich gedacht, okay, eine Gruppierung wäre eigentlich ganz cool. Und dazu gibt es den Tag FieldSet. Und der ist dazu da, damit man hier einfach NG Model Group angeben kann, zum Beispiel Name. Vorname und ja, dann landet hier natürlich direkt ein FieldSet und den hätte ich ganz gerne hier gehabt. So, und jetzt möchte ich hier zum Beispiel den Vornamen angeben. Vorname, Doppelpunkt und das ist der Vorname. Vorname. Und gleichzeitig möchte ich natürlich hier auch noch einen Nachnamen haben. Äh, okay, dann nicht. So, Vorname und Nachname. Okay, und jetzt haben wir hier NG Model wieder mal stehen. Da müssen wir nichts dran ändern. Hier einfach den Nachnamen angeben. Nach, Name. Und, ähm, RequiredMaxLength8 ist alles in Ordnung. Das haben wir letztes Mal geklärt, was das genau ist. Das sieht jetzt ein bisschen verwirrend aus. Im Endeffekt haben wir hier nur zwei Inputs. Einmal haben wir einen Vornamen, einmal haben wir einen Nachnamen. Es sind zwei Labels. Die werden jeweils mit NG Model versehen hier hinten. Und in dieser Model Group mit dem Namen Name klassifiziert, also sozusagen einfach gruppiert. Und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Wir können jetzt nämlich hergehen. Ihr erinnert euch, wenn man das Ganze... Ich mache mal hier die ganzen, ähm, die ganzen Anforderungen da dran raus. Damit es hier erstens mal ein bisschen deutlicher ist, was jetzt hier wichtig ist und was nicht so. Und damit wir auch nicht so viel eingeben müssen nachher. So, okay. E-Mail brauchen wir sowieso keinem. Gut. Und wenn wir uns das jetzt auf der Website angucken, sieht das folgendermaßen aus. Tut das nicht. Okay, dann ändern wir das auch noch kurz. Jetzt hier, äh, das machen wir ohne Background Color und das machen wir auch ohne Background Color. So, ähm, brauchen wir alles jetzt gerade nicht. Darum geht es jetzt in diesem Tutorial hier gerade nicht. Das haben wir letztes Mal geklärt. Hier haben wir jetzt Vorname, Nachname und ein Passwort. Und ihr seht erstens mal, es ist visuell zusammengruppiert. Das heißt, wir haben hier tatsächlich so eine kleine Border drumherum. Die müsste man vielleicht noch ein bisschen anpassen, damit sie nicht so ganz so hässlich ist. Aber man sieht, dass es zusammen gehört. Ähm, das heißt, man kann das Ganze schön gruppieren in einzelne Unterabschnitte zum Beispiel. Und, ähm, ja, ich mache jetzt hier einfach mal Cedric. Nachname mache ich mal Morpheus rein. Einfach so, weil ich es kann. Und Passwort mache ich irgendwas. Und jetzt sehen wir hier auch, hier, wenn wir das Ganze submitten. Und das ist das, was ich euch eigentlich wirklich zeigen möchte. Ist der Name Doppelpunkt. Also hier steht nicht Vorname und Nachname als zwei. Sondern wir haben hier Name. Und wir haben Pass ist irgendwas gewesen. Aber beim Vorname haben wir halt einfach nochmal zum Aufklappen. Das heißt, wir können jetzt hergehen und einfach Name.Vorname und Name.Nachname im TypeScript machen. Das zeige ich euch einfach mal ganz kurz noch. Ähm, hier haben wir einfach nur gesagt, wir hätten ganz gerne alles geloggt. Jetzt sagen wir, ähm, jetzt gehen wir hier einfach her und sagen, statt Value loggen wir hier halt dann einfach. Achtung, ich habe nicht Punkt gemeint. Ich habe diese eckigen Klammern gemeint. Das ist immerhin ein ganz normales JSON, was ihr hier benutzt. Und hier sagen wir jetzt einfach, okay, ich hätte ganz gerne den Name, der geloggt wird. Und von dem Name kann ich natürlich dann auch wieder den, äh, Vornamen loggen. Also je nachdem, wie tief ihr hier geht. Ihr könnt sozusagen hunderttausendmal gruppieren, so oft wie ihr eben wollt. Und dadurch könnt ihr dieses geschachtelte Format von JSON einfach erstellen. Und ja, wirklich coole Dinge damit machen. Ihr wisst wahrscheinlich die Vorteile davon auch zu schätzen. So, äh, jetzt machen wir hier einfach irgendwas rein. Und ich tippe wild auf meine Tastatur. Und jetzt sehen wir hier, okay, das ist offensichtlich der Vorname, mit dem wir hier haben. Denn der andere Nachname hat hier hinten ein GRE am Ende und ein Passwort, keine Ahnung. Ähm, ja, also so kann man das einfach machen. Okay, und das ist es auch tatsächlich schon, was ich euch dieses Mal zeigen wollte. Hier einfach sozusagen die leichte Schreibweise, wie man irgendwas gruppieren kann. Und dass es dann eben so ein bisschen schön geschachtelt ist. Und man nicht einfach nur ein Kauderwelsch direkt hat, das einfach überhaupt nicht mehr aussagekräftig ist. Gut, das war's von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.